Kartenfestival in Peru. Beim Spiel von Cajamarca gegen Cantolau verteilte der Schiedsrichter rote Karten wie der Weihnachtsmann Geschenke. Als erstes erwischte es zwei Spieler des Gastgebers inklusive des Torwarts. Fast schon neidisch auf die roten Karten, des Gegners streckte Franco Otarola hier seinen Gegenspielern nieder. Auch der Siegtorschütze musste das Feld noch verlassen. Das Spiel endete 1 zu 2 bzw. 9 gegen 9.